Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Juni hatten wir gedacht, dass uns der Krieg direkt betreffen wird. Aber jetzt erscheint er woanders stattzufinden. Fliegeralarm! Fliegeralarm! Luftschutzkleidung! Das Feuer löschen! Ständig Alarm! Mir reicht's! Da sind sogar zwei Schlachtschiffe! Das eine ist die Musashi. Um weiterzuleben, müssen wir alles nutzen, was wir haben. Das ist die Schlacht, die wir kämpfen. Ich danke dir, dass du mich in diesem Winkel der Welt wiedergefunden hast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017